So und meine Longies habe ich eben umgesetzt in ein 12 Liter Becken, oder er sagt in zwei 12 Liter Becken, weil es so viele waren und denen geht es auch ganz gut, hier das zweite Becken, haben auch schon Eiersäcke, also fangen sie weit an zu eiern, wunderhübsch. Das ist so ein Nees, mein...